Hallo meine Lieben, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich melde mich heute mal zurück. Der erste Monat des neuen Jahres ist schon fast wieder rum. Ich wollte euch aber noch ein paar Sachen zeigen. Heute fangen wir einfach mal an mit einem kleinen gemischten Haul. Ich habe diverse Sachen noch bestellt gehabt, was so Kleinigkeiten aus Shops waren oder Facebook, Ebay Kleinanzeigen und so weiter, die ich euch noch zeigen wollte. Einmal war ich hier noch im alten Jahr beim Teddy gewesen. Da habe ich in der Kramkiste dieses Gummiband gefunden. Da kann man sich halt Armbänder, Zopfgummis oder was weiß ich draus machen oder halt für einen Albumverschluss verwenden. Kann man ja kreativ sein von 1 Euro auf 10 Cent. Fand ich eine schöne Farbe und Anker drauf. Fand ich auch sehr hübsch. Dann habe ich mir einen Stamping Bella Stempel gekauft. Der war in einem Facebook Flohmarkt, in einer Flohmarktgruppe. Fand ich total witzig. Ich mag ja die Oddballs und diese Kürbisse. Nächste Halloween kommt ja wieder. Ist, glaube ich, sogar unbenutzt gewesen. Er sieht nämlich sehr neu aus. Ja, diesen habe ich mir geholt. Ich kann euch die Preise nur nicht mehr nennen. Dann habe ich über Ebay Kleinanzeigen was entdeckt und zwar ein Original Tracy Hay Stempel Set. Keep going mit dieser Eule. Fand die Eule ganz putzig und die sind natürlich super, so um Hintergründe zu gestalten. Das habe ich mir gekauft. Dann gab es ja von Scrapbook Forever, wenn man im letzten Jahr den Adventskalender bestellt hatte, bis zu einem gewissen Datum und 100 Euro erreicht hatte, einen Gratis Stencil dazu. Das ist dieser mit den Luftballons in verschiedenen Größen und Formen. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Dann auch über eine Facebook Flohmarktgruppe habe ich diesen Stempel von Create a Smile ergattert. Das ist jetzt so ein Hintergrundstempel. Ich hoffe, es blendet nicht zu sehr. Nennt sich Ocean Waves. Da war ich leider damals zu spät. Ich habe den bei einigen gesehen und fand den richtig toll. Und der ist dann aber aus dem Programm gegangen. Die Gummistempel gehen, soweit ich verstanden habe, alle raus bei Create a Smile. Und da war ich froh, dass ich den noch über den Flohmarkt ergattert habe für schöne sommerliche Hintergründe. Und auch über Ebay Kleinanzeigen, da habe ich mich mega gefreut, dass ich das bekommen habe, habe ich ein Hello Bluebird Stempel Set ergattert. Und zwar dieses hier, Farmyard Little Bits. Das sind halt kleine süße Kühe. Von der Größe würde ich sagen, sind die so wie die Agenda Stempel von Mama Elephant. Kleine Schweinchen und kleine Kühe. Ja, total niedlich. Konnte ich nicht dran vorbei. War auch noch ein super Preis gewesen. Hat sie super schnell versendet. Ja, habe ich mich riesig drüber gefreut. Da kommt man ja immer schwer dran. Und eine kleine Mini. Ach nee, hier ist noch was vom Flohmarkt. Moment, es klebt hier gerade dazwischen. Eine Stanze von Lawn Fawn. Picket Fence Border. Diese, die hatte sich die liebe Susanne in einer Facebook-Flohmarkt-Gruppe ergattert und hat dann aber festgestellt, dass sie die schon hat. Und dann habe ich sie ihr abgekauft. Ich glaube, was habe ich gezahlt? Noch 14 Euro oder sowas in dem Dreh. Ja, und da ich so einen Zaun noch nicht hatte, fand ich das ganz cool und habe gesagt, okay, dann nehme ich dir die ab. Wenn du sie doppelt hast, die Verkäuferin hatte, die hier so beschriftet, damit man weiß, von was die sind. Diese, dann eine mini kleine Bestellung. Die liegt hier schon eine Weile von Create a Smile. Da gab es wieder einen Mini-Sammelstempel dazu. Total süß. Ich habe den kleinen Kerl hier drin gehabt. Den Maulwurf mit seiner Laterne. Finde ich total putzig. War wieder süß verpackt. Und zwar hatte die liebe Christine von Create a Smile gepostet, dass einige Stempelsets wieder das Sortiment verlassen werden und Platz für neue machen. Unter anderem war da dieses dabei mit Kerzen und Glitzer. Und da wir ein Thema im Advent hatten, wo ich Kerzen verwenden wollte, habe ich gedacht, hole ich mir das. Im Endeffekt habe ich jetzt doch was anderes verwendet, mir noch was anderes gekauft. Aber macht ja nichts. Die werden auf jeden Fall noch zum Einsatz kommen. Ich finde sie schön. Man kann das hier noch so reinstempeln. Es sind schöne Sprüche dabei. Warme Grüße. Los, wir schmücken mit Kerzen und Glitzer und macht es dir gemütlich. Ja, einfach ein schönes Set. Und die waren, glaube ich, dann auch, als sie rausgingen, die Reste dann noch reduziert. Da habe ich mir auf jeden Fall dieses Set noch geschnappt. Und ein Stencil, weil ich sowas noch gar nicht habe in meiner Sammlung. So ein quergestreift. Ich hoffe, man erkennt das. Das ist schwer zu sehen. Ja, ein Stencil musste dann auch noch mit. So, ihr Lieben, das war jetzt natürlich nicht viel, aber ich dachte, ich zeige es euch noch, bevor alles verräumt wird. Es kommen noch ein paar andere Videos, diverse Hauls, ein Überraschungspaket von Kreativbund. Sogar ein Craft-Update werde ich euch wieder zeigen mit ein paar Sachen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Ich habe natürlich nicht mehr alles da. Ein paar Sachen wurden verschenkt und vertauscht. Aber das, was da ist, habe ich euch ja versprochen, dass ich euch wieder was zeige. Da kommen also einige Videos die nächsten Tage und Wochen auf euch zu. Dürft ihr schon mal gespannt sein. Dann, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!